Jetzt ist die Zeit gekommen, um Grenzen zu sprengen. Deine inneren Grenzen, äußere Grenzen und es geht noch einmal wirklich ans Eingemachte. Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Vorschau und heute beschäftigen wir uns mit dem letzten Rückkehren des Plutos ins Zeichen Steinbock. Pluto in Steinbock war keine leichte Zeit. 2008 bis eben jetzt, 2024, hat er uns begleitet und hat unser Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, von Staatsgrenzen, auch von den eigenen Werten eigentlich sehr erschüttert. Und zwar von dieser Werte im Sinn von Struktur, nämlich dass man sagt, okay, was sind denn Grundstrukturen, auf die ich mich verlassen kann? Und da ist der Pluto, der große Transformator, ja durch den Steinbock gekommen und Steinbock, das Zeichen quasi dieser, ein Zeichen der Zeit mit Saturn, ein Zeichen der Traditionen natürlich auch mit Saturn, der wurde da wirklich durchtransformiert. Wir haben das gesehen mit der Bankenkrise 2008, wie Pluto das erste Mal reingekommen ist, also der Transformator, Stirb und Werde, Einführung Bitcoin, also neue Zahlungswege. Man hat gemerkt, okay, so geht es nicht weiter und das wollte transformiert werden, neue Finanzregeln wurden geschaffen. Wir haben es natürlich auch gesehen während der Corona-Krise, wo es wirklich darum gegangen ist, wo einfach Regeln einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind, wieder ausgehebelt wurden, wo nichts mehr gleich geblieben ist, kein Stein auf dem anderen mehr geblieben ist. Und wir werden es auch jetzt noch einmal erleben. Denn so seit Anfang August ist der Pluto wieder zurück in den Steinbock, der war ja kurz im Wassermann und bleibt jetzt noch einmal bis November in diesem Zeichen und wird dann noch einmal diese Themen richtig aufwirbeln. Aber was das für dich bedeutet, heißt einfach mal vom Prinzip her Transformation von Traditionen und auch das Überdenken von Wertesystemen. Wertesystemen, da komme ich dann auch noch mit dazu. Aber es ist eine super, super Zeit, dich mit Ahnenthemen auseinanderzusetzen, Familienthemen auseinanderzusetzen, mit dem auseinanderzusetzen, wo du gesagt hast, wofür setze ich mich denn wirklich ein? Wofür setze ich mich ein? Hat das jetzt noch Bestand oder nicht? Und das ist so diese Zeit jetzt bis November, da einmal Buch zu führen, auch zu transformieren. Denn Saturn ist ja auch die Reduktion, die Notwendige, die Diät, die Klausur irgendwo auch, wo man auch sagen kann, okay, was brauche ich denn noch in meinem Leben? Kann ich da vielleicht Dinge abgeben? Dürfen Dinge gehen? Kann ich mich irgendwo reduzieren im Positive und eigentlich dadurch mehr Ressourcen wieder freimachen bei mir? Also es ist eine Zeit der Reduktion und des Überdenkens, was brauchst du wirklich und alles andere, lass bitte sterben. Und diese Zeit begleitet uns jetzt eben bis in den November rein und wir merken es extrem im Ahnensystem. Hör auf, in alten Rollen festzustecken, wenn du Tochter bist, wenn du Sohn bist, hör auf, da drinnen zu stecken. Hinterfrag die Positionen deiner Eltern und das meine ich nicht negativ, sondern ich sage einfach nur, mach dir bewusst, wo du in Rollenspielen feststeckst und welche dieser Rollenspiele jetzt einmal gehen können. Denn eine erwachsene Person braucht keine Eltern in diesem Sinne, brauchen im Sinn von, das ist überlebensnotwendig. Also findet man vielleicht einen positiven Neuzugang, etwas, wo man sagt, da kann sich was verändern. Und deshalb ist diese Zeit für Ahnenthemen, für innere Themen des Familiensystems sehr gut und auch sehr gut eben im Ausmisten, im Verschlanken, im Kleinerwerden, im Entschlanken, Entschlanken ist das ein Wort. Und da bitte einfach dranbleiben und mach dir das auch bewusst. Was noch dazu kommt jetzt, wenn wir uns das anschauen, diesen rückläufigen Pluto, der da in den Steinbock wieder reingegangen ist, der hat ein Trigon zu Uranus. Und der Uranus ist ja unten im Stier drinnen und wirbelt ja eben auch noch einmal unsere Ideen von Volk, von Sippe durcheinander. Und auch noch einmal, so die Grenzen werden dadurch noch einmal neu gesteckt und durchgewirbelt. Da sind wir auch noch einmal mit dem Wertesystem. Was ist mir denn etwas wert? Was ist denn wertvoll? Neue Werte werden jetzt erfahren. Und mit diesem Trigon Pluto und Uranus, das bedeutet wirklich die Verformung der Materie, das Neugestalten von etwas ganz Konkreten. Das heißt, ich kann meinen Zugang oder du kannst deinen Zugang wirklich neu gestalten. Das ist auch jetzt, wenn wir so Wahlen haben und politische Umbrüche erleben. Das ist natürlich auch diese Zeit dieser Umbrüche. Das ist die Zeit, wo man sagt, da kommen neue, vielleicht auch konservativere Werte an die Spitze und muss man dann schauen, ob sich da etwas ändert und etwas ändern lässt. Und das ist eben eine Zeit des Umbruchs und auch eine Zeit der Unruhen. Und das macht einfach Spannung, denn es schreit nahezu mit jeder Faser, bitte verändere dich jetzt. Jetzt musst du handeln. Jetzt musst du aus Jobs raus, aus Beziehungen raus, die dir nicht gut tun, aus Wohnräumen raus, die dir nicht gut tun. Jetzt ist das die Zeit. Und das ist jetzt nicht die Zeit eines Überflusses, sondern das ist eine Notwendigkeit. Es ist notwendig, dass du für dich handelst und du aus diesen Mustern rausbrichst. Aus deinen, ich nenne es fast einen Gefängnisausbruch, und zwar aus deinen persönlichen Gefängnissen. Ist dein Gefängnismaterie? Ist dein Gefängnis ein Status, den du vielleicht hast und den du da verfolgst? Ist dein Gefängnis eine Beziehung, in der du bist? Ist dein Empfängnis ein Gefängnis? Ist dein Gefängnis vielleicht eben, sind das irgendwelche Besitztümer, die dich schwerer machen? Sind das eben alte Wertvorstellungen, die dich schwerer machen? Da bitte einfach achte drauf und sei bewusst, du kannst aus dem allen ausbrechen. Und das ist jetzt einfach die Transformation und die kommt jetzt, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wenn du jetzt in einem Flow bist und sagst, hey, ich habe jetzt eh schon so viel gemacht und da mache ich jetzt gerade noch weiter und das passt, dann ist es gut. Aber wenn du dich gewährt hast gegen Veränderungen, gegen Umstellungen, gegen Transformation, dann wird die jetzt einfach reinbrechen bei dir und einfach Bewegung wird da kommen. Also Bewegung kommt rein, Bewegung soll da auch reinkommen und das ist auch wichtig, wesentlich und richtig. Und vertraue da einfach drauf, dass es dann am Ende des Tages auch gut gemeint ist. Denn so heftig das auch ausschaut und sich auch teilweise anfühlt, es geht dann am Ende des Tages doch auch wieder immer in eine sehr, sehr positive Richtung. Es ist ja auch gerade der Saturn mit dem Jupiter, also Saturn, der Herrscher von Steinbock, der bewegt sich ja im Fischezeichen, wo er sich nicht unbedingt wohlfühlt. Aber der hat mit dem Jupiter ein Quadrat und der Jupiter ist in Zwillingen. Das heißt, das kann schon sein, dass über einen Impuls, den du hörst, vielleicht auch ein Video wie dieses hier auf YouTube oder ein Freund redet mit dir, eine Bekannte redet mit dir. Du kriegst irgendwo was mit, wo du das Gefühl hast, hey, das passt jetzt für mich und da kann ich jetzt wirklich noch einmal etwas lösen und etwas erlösen. Und wir werden das Thema Ahnen und Ahnen auch mit den Ahnen sich beschäftigen, mit den eigenen Wurzeln sich beschäftigen und trotzdem die Wurzeln dann auch so formen, dass sie dir wirklich dienen in deiner jetzigen Form. Da werden wir uns noch viel beschäftigen hier auf dem Kanal, weil die Zeit einfach jetzt passt und da wird auch einiges noch kommen. Vielleicht hast du meine Meditation gesehen, die Tarot-Meditation, die ich am Mittwoch veröffentlicht habe, zum Thema der Gehengte, also wo man wirklich die Perspektiven wechselt. Und das ist eigentlich wirklich eine Meditation, die ist direkt am Zeitgeist und schau dir das gerne an. Also es ist hier am Kanal zu finden. Wenn du noch etwas anderes verändern willst, zum Beispiel Berufsbild und etwas Neues lernen willst, super Zeit dafür, bitte mach das. Und falls du etwas über Energiearbeit und Energetik lernen willst, dann mach doch einfach die Ausbildung Mediale Energetik. Startet bei mir im Oktober und da geht es natürlich auch um ganz, ganz tiefgreifende Prozesse, wo du mit dir arbeitest, mit deinem Energiefeld arbeitest, wo du auch lernst, wie du in diese unsichtbare Wirklichkeit eintauchen kannst. Genauso wie bei der Astrologie sind Schlüssel, genauso ist die Energiearbeit dein Schlüssel. Und ich kann dir das nur ans Herz legen, denn die Zeit ist passend für so etwas. Und wenn dich das anspricht, dann sei dabei. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann ab Oktober monatlich hier in Lenz Live. Würde mich natürlich freuen. Abschließend ist zu sagen, zu diesem Grenzen, Fesseln, Sprengen, Horoskop. Das, was hier passiert, ist die letzte Transformation des Plutos, also Pluto, der Transformator, der diesen Saturn, diese Wertesysteme, dieses Ich-muss-alleine-durchkämpfen, ist auch ein Wert von Saturn, dieses Ich-muss-etwas-alleine-schaffen. Und auch das wird transformiert durch Pluto. Und vielleicht ist das auch ein Denkanstoß, dass du Dinge nicht alleine schaffen musst. Du bist nicht alleine und du kannst dir Hilfe holen. Du kannst dir in jeder Phase Hilfe und Unterstützung holen. Ob es ein guter Ratschlag ist, ob es wirklich eine physische Unterstützung ist, du kannst dir Hilfe holen und du bist nicht alleine. Und such da auch nicht lange herum, sondern vielleicht findest du diese Hilfe auch. Und das ist ja auch eine Transformation des Ich-bin-alleine-in-deiner-Partnerschaft. Bei deiner Partnerin, bei deinem Partner. Und sag, hey, ich bräuchte dich da mal. Könntest du da für mich einstehen? Könntest du da für mich da sein? Also such nicht ewig weit weg, sondern vielleicht ist das genau dieses Hey-ich-brauch-dich-ja, genau der Schlüssel zu einem Neustart, zu einer Neuinterpretation des partnerschaftlichen Zusammenlebens. Und dieses Alleine-Sein würde ich auch noch einmal für mich in dieser Zeit genau durchdenken. Was bedeutet es denn eigentlich, dass du alleine bist? Bist du wirklich, wirklich alleine? Ist das noch ein Wert? Oder geht es schon in die Richtung, dass man sagt, man kann etwas im Team, in der Partnerschaft, mit Kollegen und Kolleginnen, man kann da etwas umsetzen und etwas Neues kreieren. Und das würde ich dir heute noch mitgeben. Sei nicht alleine. Du bist nicht alleine. Du bist es nicht von der geistigen Welt her. Du bist nicht alleine. Auch wenn es immer heißt, ja, das sind jetzt heftige Prozesse oder Häutungsprozesse. Wir sind ein Kollektiv und ein Feld. Und ich möchte da jetzt nicht zu hippiemäßig klingen, aber in Wirklichkeit ist dieses Feld für dich da und nähert dich auch, dieses Energiefeld. Und auch dein Innerstes ist für dich da und kann dich auch unterstützen. Also du bist nicht alleine. Du musst nichts alleine schaffen. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich einfach. Nicht jetzt unbedingt bei mir, kannst du dich bei mir natürlich auch melden zu einem Einzeltermin oder Coaching, aber schau zuerst in deinem Umfeld nach. Schau bei deinen Freunden, bei deinem Freundeskreis nach. Und ich bin davon überzeugt, da fängt dich etwas auf, da trägt dich etwas. Und du wirst dann merken, hey, ich bin gar nicht so isoliert und ich muss nicht alles immer alleine schaffen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt bis November alles Gute, viel Klarheit, viel Kraft und wir sehen uns natürlich dann nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal. Und ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst, der recht gerade hadert mit diesen Zeiten. Und ab November haben wir dann einfach eine ganz andere Qualität, wenn der Pluto dann in den Wassermann geht. Aber jetzt haben wir noch einmal die letzten Sprengen, Alterstrukturen, Altergrenzen. Das darf aufgesprengt werden und wunderbar, dann sind wir halt dabei und schauen, was passiert. Weitergehen tut es auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis zum nächsten Mal. Dein Oliver Eireni. Tschüss. Dein Oliver Eireni.